Wie ihr vielleicht schon mitgekommen habt, bin ich noch in der Schweizer Armee. Und heute haben wir richtig leckere Alpler-Makaroni gemacht. Im Grunde genommen ist es ein One-Pot-Gericht. Wir haben Speck, Zwiebeln, ordentlich Milch und zum Schluss die Pasta in einen großen Kepa gegeben. Dazu kamen noch Kartoffeln, die waren schon vorgeschnitten. Und ganz zum Schluss kam nur noch Reibkäse rein. Und als alles gut gekocht war, konnten wir das mit so einer riesigen Schöpfkelle rausschöpfen. Ich hab hier eine ordentliche Portion geschöpft, darüber kamen noch Apfelmus und Zwiebeln. Es war richtig lecker, wenn ihr mehr davon sehen wollt, checkt meine Story ab.